Was ist durchsichtig und riecht nach Karotten? Was?! Ein Kaninchenfurt! Hallo everybody! Sexy people! Da ist noch mal drin in der Internetleitung. Mein Name ist Richard von Geli. Und wir spielen ein bisschen Mixerkarten mit dem Sebo. Und äh... Live dabei... Das beste Konzept... Nein, jetzt geht das noch nicht. Also Live dabei sind die blödesten Flachwitze, die uns einfach so spontan einfallen. Weil wir waren vorhin einfach so seit vier Stunden lang in einer Skype-Konfi. Und wir haben uns einfach nur mit Flachwitzen zugeschossen. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, das müssen wir eigentlich aufnehmen. Ich glaube, das Lustige dabei wird einfach sein, dass wir uns nicht einkriegen vor Lachen. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Oh scheiße, ich habe mich irgendwie total verbaut. Zehn Sekunden noch. Ja, ja, ich weiß. Also ich habe von meiner Perspektive aus theoretisch eine tolle Schussposition soll ermöglichen. Oh, ich bin schon tot. Super. Toll. Oh. Oh. Also Jonas. Ja? Was ist durchsichtig und riecht nach Karotten? Was? Ein Kaninchenfurz. Was zum Teufel. Okay. Ähm... Was ist gelb, hat einen Arm und kann nicht schwimmen? Ein Schwimmflügel. Ein Bagger. Was ist braun und schwimmt unter Wasser? Ähm... Warte mal, den kenne ich irgendwo. Oh fuck. Ein U-Brot. Ah, genau. Stimmt. Fuck. Was ist ein Pädophiler hinter einem Baum? Eine Ahnung. Eine Kinderüberraschung. Richtig böse, wa? Schade. Okay. Deine Mutter heißt Dieter und ist der Haarigste im Zoo. Was? Ah, du bist tot? Ja. Guck mal, was ich jetzt hier mache. Ich renne hier rüber. Und die sind so dumm, mich zu treffen. Ich hab einen. Ja, und ich treffen sie. Nein, ich hab noch nicht. Ähm, warte mal. Wir versagen hier gerade. Es ist normal. Eigentlich ist das nicht normal, weil wir eigentlich... Frost... Wirklich? Okay. Ah, jetzt ist Build-Time. Wir brauchen neue Witze. Mir fallen spontan irgendwie nie welche ein. Okay. Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen? Ah, das hast du immer mal gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Spät rechts einschlafen. Ich hab's vor. Das ist so dumm. Oh. Es ist voll lustig, die Roten zu ermorden, wenn ich hinter ihrem Rücken stehe. Oh. Verdammt. Als Bob, der Baumeister, deine Mutter gesehen hat, hat er gesagt, yo, das schaffen wir nicht. Was? Oh mein Gott. Ähm. Was ist blau und rennt durch den Wald? Ah, ein Schlumpf. Nein, ein Österreicher mit einem Kasten Bier. Was ist rot und rennt durch den Wald? Ein Deutscher mit einem Kasten Bier. Ein Österreicher beim Wald brannt. Was ist blau und pickt auf einem Blatt? Was? Was ist blau und schwimmt im Wald herum so. Also, was liegt im Wald herum und ist blau? Eine Frostituierte? Eine Schlumpf-Scheiße. Okay, was ist rot und steht frierend am Straßenrand? Ähm. Deine Mutter. Eine Hagen-Nutte. Eine Hagen-Nutte. Hey, vor fünf Minuten hat der Besitzer von McDonalds angerufen. Deine Mutter steckt schon wieder in einer Rutsche fest. Ja, das weiß ich schon. Der Witz ist alt. Gegenfrage. Was ist silbergrau und liegt fünf Kilometer lang auf der Autobahn? Was? Der Bart von deinem Witz. Was rollt mit 80 Kilometer pro Stunde den Berg hinunter? Deine Mom, wenn sie zu McDonalds will. Deine Mutter mit McDonalds Gutschein. Aber fast! Ist das one in the quiver? Ja. Ja. Ach du Scheiße. Das ist unpassend für Witze. Das ist absolut der unlustigste Spielmodus überhaupt. Egal. YOLO. Ich find's lustig. Ich hab einen Kill. Ich hab noch keinen. Doch, ich hab... Sorry. Erstens, ich sag's dir. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nicht dich erwischen. Da waren noch drei andere, aber... Naja. Was? Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Beide tot. Treffen sich zwei Busfahrer. Beide tot. 500 Verletzte. Ne, warte, so viele fassen ja gar nicht jeden Bus. Warum sieht man denn aus Friesland nachts keine Häuser? Äh... Keine Ahnung. Ja, die aus Friesen nehmen sie ja bei Nacht immer mit rein. Wieso sind die... Wie heißen die... Kreisverkehrer in Polen so breit? Keine Ahnung. Wird's ja auch mit gestohlenen Autos um die Kurve kommen. Nein! Ja! Was kriegt ein Pole zum Geburtstag? Dein Handy. Nein, dein iPod. Ja, super. Oh, fuck. Oh, man. Okay. Ähm... Du bist gar nicht dran. Ähm... Puh. Ähm... Alle fällt keiner mehr ein. Momentan nicht. Warum liegen in das... Ein echter Wikinger sticht auch ins Rote Meer. Was? Ein echter Wikinger sticht auch ins Rote Meer. Oh, man. Okay. Warum haben die aus Friesen Stacheldraht in ihrer Badewanne? Warum? Damit sie nicht zu weit rausschwimmen. Alter! Fuck you, ich bin so scheiße gerade. Ich hab 11 Kills. Und ich hab drei. Ich seh's. Was ist der Unterschied zwischen einem Krokodil? Zwischen einem Krokodil und was? Zwischen einem Krokodil. Je grüner desto schwimmen. Das versteh ich nicht. Das ist ja auch ein Flachwitz. Kopf runter. Kopf runter, der kommt zurück. Eine Mutter setzt hier auf den Fernseher und hört und schaut so vor. Was? Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Mann, ist das dumm. Wir spielen Tracking Escape. Weißt du, wie viele Liegestütze Chuck Norris machen kann? Alle. Ähm. Okay. Oh Gott, verdammt. Wie ging der? Da gibt's auch noch so einen fiesen Witz mit Chuck Norris. Aber mir fällt da gerade nicht ein. Ähm. Also Chuck Norris kann scheißen gehen. Spongebob kann unter Wasser kochen und grillen und Feuer machen. Ja. Wow. Nein, der war richtig unlustig. Ich weiß ja. Was sind... Oh Gott, wie geht der Witz nochmal? Wie nennt man einen... Einen Fuß voller Penisse? Keine Ahnung. Was machen die? Eine Spritztunde. Oh Mann, Gott. Es ist orange und läuft den Berg hinauf. Eine Wanderine. Ja. Äh. Oh, ich hab das Gefühl, der Drache ist direkt hinter mir. Ja, ist er. Scheiße. Ich bin gleich tot hier. Tot. Ich glaub, ich bin runtergefallen. Scheiße, wie komm ich denn da rauf? Ich weiß nicht gar nicht. Ach so. Jetzt musst du um die Pyramide rumgehen. Ja, da musst du reingehen. Scheiße. Wie soll ich denn das schaffen? Weiß ich. Na ja, immerhin Dritter, oder? Ja. Saugwohl. Okay, wo waren wir an den Witzen her? Meine Mutter ist so fett, die vermietet man einen Kindergeburtstag als Höfbuch. Alter! Was ist weiß und stört beim Essen? Was? Was ist weiß und stört beim Essen? Was soll ich denn das wissen? Eine Lawine. Was ist weiß und stört beim Essen? Ja. Was ist rot und ungesund für die Zähne? Äh, ein Vulkanausbruch? Ein Backstein. Ja, voll. Was? Den weiß ich, den weiß ich auswendig. Geh der Patient zum Doktor und sagt so, naja Herr Doktor, mir tut mein Penis extrem weh. Können Sie den bitte mal anschauen? Und dann sagt der Doktor, so fünf Minuten später sagt er so, naja, sie müssen zum Onanieren aufhören. Sagt der Penis, ja wieso, das geht doch nicht, ich muss das machen. Sagt der Doktor, naja jetzt einmal für die Behandlung bitte. Oh man, eine Blondine ist beim Frisur und hat Kopfhörer auf und sie ist zum ersten Mal bei der Frisur, weil sie ist neu hergezogen. Und zum ersten Mal denkt sich der Frisur nix böse, schneidet halt um die Kopfhörer rum und sie hat auch gerade keine Anstalten abzunehmen oder so. Und ja, ist halt etwas genervt, weil es anstrengend ist. Aber als sie dann fertig ist, ja, als die Blondine zahlt, alles gut. Okay, zwei Wochen später kommt die Blondine wieder zum Frisur, wieder mit diesem Kopfhörer, sie nimmt wieder nicht ab. Der Frisur, jetzt schon sichtlich sauer, aber macht es trotzdem nochmal. Und dann nochmal zwei Wochen später kommt die Blondine wieder zum Frisur, zum gleichen. Hat wieder den Kopfhörer auf, aber diesmal ist es ihm zu blöd und dann nimmt ihr den Kopfhörer einfach ab. Ja. Fünf Minuten später bricht die Blondine auf seinem Stuhl zusammen. Und dann... Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Äh, sie hat eine Aufnahme gehabt, wo sie die ganze Zeit irgendwie ein- und ausatmen gehört hat. Fandam! Warum kennst du den? Weiß ich nicht, das ist irgendwie... Das gab's aber wirklich schon mal. Echt jetzt? Ich glaub... Oh! Ich bin von ganz oben ganz runter gefallen! Das ist bitter. Ja! Ey, scheißen! Ah! Okay. Eine Blondine und eine schwarzhaarige springen. Zeig euch aus dem Fenster, wer kommt eher unten an? Wer? Die schwarzhaarige, weil die Blondine muss erst noch am Weg fragen. Mann, in einer Metzgerei. Guten Tag, ich hätt gern 150 Gramm Leberwurst. Aber bitte von der groben dicken... Von der groben dicken Metzger. Tut uns leid, die hat heute Berufsschule. Oh Gott, ich glaub, die kenn ich sogar. Also den Witz hab ich, glaub ich, gekannt. Oh Mann. Was sind das für Witze im Internet? Hört ihr den an? Fängt der Bär an zu gähnen und furzt stattdessen. Was? Oder gehen zwei Tomaten über die Straße. Das war's. Ein Mann geht um die Ecke. Was fehlt? Der Witz. Richtig. Eine Kugel rollt um die Ecke, fällt um, steht auf und rollt wieder weiter. Ein Kugel geht um die Ecke und bleibt picken. Hahahaha. 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 Oh Mann. Was ist grün und springt von Baum zu Baum? Ah fuck, das wusste ich mal. Ein Rudel-Gurken. Hahahaha. Was ist der Witz daran? Hahahaha. Gurken sind keine Rudeltiere. Hahahaha. 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 Deine Mutter hat ne Glanze und fährt Panzer. Hahahaha. 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 Was? Oh mein Gott. Hahahaha. 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 Deine Mutter schukst hässlich Kinder vom Fahrrad und sznüffelt am Sonnen. Willst du aber sagen, meine Mom ist eine Hündin? Ja. Scheiße, warum weißt du das? Deine Mutter sammelt hässliche Kinder. Ne, muss man da Bob Drachen weg oder nicht? Nein, das ist Superspiel. Oh, Scheiße. Das ist schier. Rieger von Rieger. Sebo, wir müssen im Team arbeiten, Männern. Ja, okay. Wo, 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 wo. Ah, das hat dir runtergefallen, dieser Idiot. Oh, schleicht dich doch, du Mieske, bohrt. Oh, das ist ein Minizombie. Oh, du wirst. Ich werde Oktopus runterschmeißen. Ich bin Mr. Squee. Oh, fuck. Oh, fuck, das ist ja so dünn hier oben. Werd' ich da echt gekickt, wenn ich da zu lang stehe? Ah, du stirbst halt. Ähm, warte mal, ich hatte... Genau, was ist rot und friert am... Ne, das hatten wir schon. Was ist blau und friert am Straßenrand? Hey, ich bin töten. Eine Prostituierte. Ja, das ist mir schon krank. Ne, das war die Witz mit der Haagenutte. Also... Es war ein Unterschied. Meine Mutter wirft Spaghetti an die Wand und sie denkt, sie wär Spiderman. Was? Wer ist das Superpick? Wow, wow, wow. Ich hab das Superschwein getötet. Ja, sehr gut. Oh mein Gott. Ich hasse Supersplief. Ich hasse es auch. Aber du siehst es... Ey, warte mal. Das ist auch ne neue Map, oder? Ja, fix auch noch. Ich kenn ihn nämlich gar nicht. Fuck, ich hätte ihn jetzt fast runtergeschmissen in einem. Ja, 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 ja. Diesen Occupus. Uh, yo mama. Da heißt jemand, yo mama. Echt jetzt? Warum? Fall runter, fall runter, fall runter. Ich wette, ich voll... Ja, ich bin runtergeschlossen. Wuh! Hoppa, hoppa. Meine Axt ist kaputt! Was? Meine Axt ist einfach kaputt gegangen! Hast du sie jetzt noch, oder nicht? Nein! Ich hab keine Axt mehr! Scheiße, ich hab auch keine mehr! What the fuck! Aber... Bei dir... Ich seh bei dir, dass du ne Axt hast. Geh auf! Ah, ich nicht! Den Oktopus! Geh auf Oktopus! Okay, okay, wir gehen auf Oktopus! Wir müssen uns wieder Witze erzählen! Nein! Fuck, ich hatte kein Lied mehr, weil ich keine Axt mehr hatte. Okay. Ähm... Welchen Witz hatten wir denn noch nicht? Ähm... Welchen Lieds hatten wir noch nie? Mir auch runtergefallen. Okay. Jetzt, Richard, überlege. Ähm... Habe ich den schon erzählt? Ich glaub... Habe ich den, äh... Deine Mutter arbeitet als Seemann. Das versteh ich nicht. Pfff... Was?! Das soll daran witzig sein! Ja, keine Ahnung! Ähm... Welche Möglichkeiten kennst du eine Blondine für ihr Leben lang zu beschäftigen? Äh... Ein Blatt Papier auf beiden Seiten bitte umblättern. Ist die erste! Okay, und... Sonst? Gut. Die zweite Möglichkeit... Stell... Stell sie in einen runden Raum... Stell dich in eine Ecke! Die dritte Möglichkeit... Gib mir eine Packung M&Ms und sage bitte nach Alphabet ordnen! Und die vierte Möglichkeit fällt mir jetzt gerade nicht ein! Ah, genau! In die Wüste zum Staubsaugen! Deine Mutter steht um 7.55 Uhr vor Aldi und singt den Final Countdown! Warum?! Ja, weil um 8 aufsperrt! Gelbes Team! Gelbes Team! Gelbes! Gelb! Ja! Ist das dieses Sheep? Ja, das ist das Sheep-Quest! Ich liebe Sheep-Quest! Ich hole mir den Bogen! Komm, wir sehen mal, wir brauchen mehr Witze! Deine Mutter kämpft mit den Enten im Park um die Brotgrümel! Ohohoho, ist der Böse! Er ist böse! Ja, so richtig böse! Mann, ich würde so gerne die rassistischen loslassen, aber das ist ungünstig! Ja, das stimmt! Aber die sind so lustig! Ja, das ist so ein mieser Humor, aber so schwarz! Ja, so schwarz, wir können Baumwolle pflücken! Oh, der war so mies, einer da mit dem Baumwolle! Ja! Der war so mies! Gesundheit! Fuck this shit! Wieso, ist deine Tastatur jetzt voller Schnodder? Bitte? Ist deine Tastatur jetzt voller Schnodder oder was? Auf jeden Fall! Läuft bei dir! Vor allem die Nase! Ich furze gerne! Und zwar braun! Was? Oh mein Gott! Das wollte... Ich hoffe, das hat man nicht gehört! Nein! Gar nicht! So? Du kannst ja mit deinen Nase einen halben Erdbeben zum Explodieren denken! Das stimmt ja! Leute, alle laufen in die Mitte! Das gibt's ja nicht! Oh! Ich hab drei Schafe! Ich hab drei Schafe! Hoppala! Yes! Oh! Oh! Die Roten! Die Roten! Bist du deppert! Ich bin tot! Pass auf! Ich auch! Ich auch! Verdammt! Alter! Die greift ja zu dritt an! Nein! Deine Mutter arbeitet bei McDonalds als Fett! Hahahaha! Was? Den hab ich! Oh! 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 Ja, was ist denn? Hallo! Oha! Oha! Alter! Wieso gehen die alle auf uns? Mein Gott! Ah! Weil wir den nächsten Schafe haben! Nein! Ich bin tot! Der klaut jemand eins! Gib's ja nichts! Mann! Alter! Wir sind echt gut heute. Unser Team oder generell? Alle sind urgut. Generell hier irgendwie. Ja! Ich hab den mit dem Bogen abgeschossen. Okay. Angeblich. Wir haben nur drei Schafe. Ich hab keine Pfeile mehr. Tja, was machen wir da? Ich kill ihn jetzt trotzdem. Geht schon. Oh, Mann. Okay. Wir brauchen mehr Witze. Ja, brauchen wir. Eindeutig. Kennst du noch einen? Nein. Eurer, ich bin tot. Da will ein Roter unsere Schafe klauen. Ja, ich seh's. Was kenn ich noch? Was hat mich denn jetzt getötet? Wieso wollen die alle unsere Schafe töten? Mein Gott. Alter, der eine hat drei Schafe. Das bringt ja nichts, was du machst hier. Ah, du Dömmling. Wir hatten die drei Schafe geklaut. Rot hat die geklaut. Ist mir jetzt scheißegal. Ich hol mir jetzt einfach mal ein weißes. Ja, bitte. Tu das. Ich beschütze hier unsere Base. Achtung, die Roten kommen. Ich weiß, ich seh's. Und... Tot, tot. Ah, ich bin tot. Ich bin... Ich versuch dir einfach mit dem Bogen abzuballern, ne? Da oben bringt das nichts in die Mitte. Bleib einfach in der Mitte und töte alle. Alter, der hat schon wieder... Na, sicherlich nicht, du. Hier hab ich gerade wieder zurückgeholt, ne? Ja, Rot. Rot ist urgut gerade. Bist du behindert? Alter! Urgut. Okay, wir brauchen mehr Witze, aber mir fällt gerade keine ein. Nein, nein, das ist jetzt viel zu spannend. Nein, der klaut uns jetzt alle Schafe. Pass auf, da ist jemand. Der klaut uns. Rot ist bis zu deppert. Was geht eigentlich? Nein, ich hab nicht... Nein! Fuck, ich hab so knapp nicht getroffen. Urkacke, Mann. Komm, wir greifen jetzt alle an. Passt. Nein, ich hab bloß eins. Fuck. Ich hab auch nur eins. Ich hab immer nur noch eins. Alter, die... Die sind urgut. Jolo, ich hab nur ein halbes Herz, aber... Läuft! Nein! Okay. Ähm, ich glaube, ich hol mir jetzt lieber noch eine Internetseite, dann fangen wir nochmal von vorne mit den Witzen. Alter, der hackt doch, dieser Penner. Ja, passt. Oh ja, oh ja. Oh ja, ihr habt jetzt keine Chance. Keine Chance. Alter, wir liegen wie da vorne. Wir müssen mal zu blau gehen. Ah, den hast du jetzt. Okay. Alter, der hackt der, äh... Spooky Boyder. Fuck. Fuck. Auf jeden Fall. Wo spielen die, in welchem Team? Rot. Auf jeden Fall. Ich bleib jetzt einfach bei den Schafen. Hallo, 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 hallo. Juhu, wir haben sie sieben Schafe. Sieben Schafe. Achtung, jetzt kommt eine extra Nummer. Ah, fuck, das ist das falsche Schaf. Was, die Roten? Was? Alter, ich spinn drei Leuten ausgewicht mit diesem Schaf am Kopf. Oh, gut. Oh, mein Gott. Ich glaube, wir splitten das in zwei Parts. Einmal diese... Pro-Schaf-Hätschen runter. Und einmal diese Witze. Hallo. Den Witz habe ich gerade gesehen. Aber ich check ihn nicht. Welchen Witz? Äh... Wer sucht die Blondine im Meer? Leonardo DiCap... Ach, so. Schon verstanden. Alter, wir haben einfach mal zehn Schafe. Oh, gut. Oh. Dafür haben wir keine Witze gebracht. Ist ja wurscht. Simon, weißt du was? Wir haben jetzt... Ich habe jetzt eine andere Idee. Warte mal, ich brauche jetzt auch eine Flachwitz-Internet-Seite. Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um sieben Uhr Stuhl gekannt. Ja, aber das ist doch sehr gut. Aber ich stehe erst um halb acht auf. Oh Gott, nein. Treffen Sie, treffen Sie sich. Äh, ein Brett und ein Stein am Straßenrand. Ah, ich bin ein Stein. Sag das Wort. Wenn du ein Stein bist, dann bin ich Brad Pitt. Ja, genau. Der war es wieder. Extrem. Ich gehe jetzt sofort in die Mitte rein. Ah, F5. Natürlich. Also F. Oh Gott. Ah. Boah. Der Speedboost war doof gewählt. Ah. Ja, ich habe ihn getötet. Ich esse jetzt ein Schleim. Oh. Siehst du mich? Bring Witze. Am besten mit Schlangen. Nein. Drei Schläge. Nein. Nein. Drei Schläge auf den Parkplatz. Sagt die erste Vorsicht, da kommt ein Zug. Knack. Wohl. Knack. Da, Knack. Sitzen ein Lama und ein Blinder auf der Straße. Sagt der Blinder Schauer, da hat die Polizei sagt der Lama, ja komm, wir laufen weg. Jetzt hatte man, also, ein Chineser ruft bei der Deutschen Bahn an, sagt er. Hey, Ballenwäldl, hey, Ballenwäldl, halten Sie den Zug an, auf der Siene liegt ein Gleis. Meiner, Ballenwärter, ja, aber das ist doch gut so. Fünf Minuten später klingelt wieder das Telefon. Oh, jetzt haben Sie den alten Gleis überfallen. Ach so. Ja, okay, ich habe jetzt eine Flachwitze-Seite geöffnet. Vater und Sohn sitzen mit kurzen Hosen auf einer Bank. Da sagt der Sohn, Papa, deine Beine sind aber viel schmutziger als meine. Da antwortet er, da antwortet er, ich bin ja auch viel älter als du. Oh Mann, Durchschnittsbewertung 2,69. Was sagt ein Krokodil, nachdem er den Clown aufgegessen hat? Schmeckt irgendwie komisch. Ist Hände zum Beispiel nach dem Pinkeln ein Urin stinkt? Ja, selbstverständlich, Urin stinkt. Was? Was ist 30... Das heißt, Urin stinkt. Was ist 30 Meter lang und stinkt nach Urin? Polonaise im alten Heim. Alter, ich habe den Witz von vorn nochmal überarbeitet. Das heißt nicht Urin stinkt, sondern Urinstinkt. Ach so. Oh mein Gott, wie dumm war das denn? Ich finde mein Geheimversteck nicht. Doch, da ist es. Warte, genau, genau, komm mit. Siehst du mich? Oh scheiße, ich bin runtergefallen. Bist du hinten auf dem Baum dann, oder wie? Nein, 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 wo bist du? Bleib, ja genau, warte, bleib, bleib, komm, schau auf. Nein, 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 andere Seite, komm mit mir nach. Da? Ja, ja, das weiß ich schon, dass der Jürgen, dass man da oben auf das Dach kommt, von dem Dach auf das andere Dach hinter. Und jetzt sneakt da einfach die ganze Zeit. Nein, ich bin schon wieder am Dach hängen geblieben. Warte mal, wenn ich oben bin, dann hole ich wieder einen neuen Witz, okay? Meine Mutter kriegt beim Elternabend einen Klassenbuch-Eintrag. Hahahaha, was? Meine Mutter verkleidet sich abends, heimlich als Frau. Okay, hallo, Sebo. So, also. Zwei Schnecken treffen sich am Baum. Die andere fällt drunter und heißt Helga. Ah, fuck. Ich bin runtergefallen. Treffen sich zwei Beamte am Gang, sagt der eine. Kannst du auch nicht schlafen. Oh, das ist böse. Ja. Das ist ja richtig böse. Okay. Ähm. Was macht, was macht den Marienkäfer in der Telefonzelle? Er isst sein Joghurt. Hallo. Du Skelett, du. Ja, du Arschler. Ich hab dich nicht getötet, das ist halt andere. Das ist trotzdem. Ähm. Was ist grün, klein und dreieckig? Ähm. Ein kleines grünes Dreieck. Ah, genau. Was ist klein, grün und schwimmt auf dem See und fängt mit A an? Anal. Na, abladl. Was ist grün, schwimmt auf dem See und fängt mit N an? Bladl. No, abladl. Was ist grün, schwimmt auf dem See und fängt mit S, O? Oh, schon wieder, abladl. Ah, oh Gott. Was hat 19 Beine und 23 Zähne? Polonese im Altenheim. Was ist grün und sitzt auf der Wiese? Abladl. Eine Kuh im Trainingsanzug. Papa, wo liegt Albanien? Da musst du Oma fragen, die räumt hier alles immer auf. Was sagt ein arabischer Bäcker zu seinem Lehrling? Bagdad. Hoppelt ein Hase um die Ecke. Ist der Bus weg? Was? Warte, bester Witz ever. Treffen sich zwei Päpste. Aber so unrealistisch ist das doch gar nicht derzeit. Weißt du, was Hammer ist? Werkzeug. Fliegt ein Ufer durch die Wüste. Blinkt links, fährt recht. Ein Arbeiter sagt zu seinem Kollegen, du sollst sofort zum Chef kommen. Der Kollege versteht ihn wegen des Arbeitslands nicht und fragt, wie bitte? Antwortet der Erste, na, zu Fuß. Treffen sich zwei Hochhäuser im Keller und schneiden Benzin. Sagt der eine zum anderen, ja, du, morgen ist Weihnachten, sagt das andere, na ja, und ich gehe nicht hin. Wow, ich bin gleich tot hier. Wow. Diese Schweine. Hahaha, oh Gott. Oh, das sei situationskomik hoch 50. Hallo, Sebo. Hallo. Geht ein Mann zum Bäcker und bestellt 19 Brötchen, sagt der Bäcker. Ja, wieso nehmen Sie nicht gleich 20? Also, nehmen Sie doch gleich 20. Sagt er. Ey, ich war scheiße, ich bin tot. Nochmal. Geht ein Mann zum Bäcker. Ich hätte kein 19 Brötchen, sagt der Bäcker. Nehmen Sie doch 20. Sagt der Mann, warum? Na, dann haben Sie eins mehr. Eine schwerhörige Frau sitzt im Park auf einer Bank. Da kommt ein Mann vorbei und sagt, passen Sie auf, da hängt doch ein Schild. Die Bank ist frisch gestrichen. Die Bau fragt, wie bitte? Der Mann antwortet, grün. Hallo? Aha. Der Mann zum Bäcker, ich hätte gerne 19 Brötchen. Nehmen Sie doch gleich 100. Ja, und, wer soll die denn alle essen? Was schwimmt auf dem Wasser und macht Kikariki? Ein Huhn? Ein Wasserhahn. So dumm. Sitzen zwei im Stehcafé. Egal, wie gut du fährst. Züge fahren Güter. Hast du jetzt einen Witz gelesen oder lachst du wegen vorhin? Mein Hund... Mein Hund jagt immer Leute auf dem Fahrrad, bis ich ihm das Fahrrad weggenommen habe. Ich soll einen Aufsatz schreiben, aber mir fällt nichts ein. Dann bau doch lieber ein Kartenhaus, da fällt dir dauernd etwas ein. Achtung, Durchschnittsbewertung. Vier Sterne von fünf. Oh, jetzt kommen Frauenfeinde im Witz. Warum haben Männer keine Zellulite? Weil es scheiße ausschaut. Was sitzt auf dem Baum und ruft? Aha. Ein Uhu mit Sprachfehlern. Wieso haben Männer nicht die Regel? Nein. Wieso haben Frauen die Regel? Weil sie es verdient haben. Boah, böse. Extrem. Was macht eine Pizza unterm Sofa? Herubschimmeln. Sich verstecken. Was ist dein Lieblingsobst? Gemüse. Sag dein Arzt zum Patient, sie haben Krebs und Alzheimer. Sag dein Patient, ach, nur gut, dass ich kein Krebs habe. Oh Gott. Sag dein Arzt zum Patient, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, sie haben noch einen Tag zu leben. Die schlechte, ihr habt es gestern vergessen, ihn zu sagen. Warum geht der Sarg nicht auf? Weil Zuhälter drin liegt. Ach, das ist ja ein Klassiker. Was ist grün, viereckig und erschlägt dich, wenn es vom Baum fällt? Ein Dreieck. Ein Dreieck ist viereckiges. Nein, ein Billardtisch. Kommt eine Frau beim Arzt. Was ist gelb? Also, ja, das käme schon. War das der mit dem Bagger? Ja, was ist schwarz, rot, gold, summt und fliegt durch die Luft. Ein Marienkäfer mit Goldzahn. Wie hat sich dieses Konzept eigentlich ausgedacht? Wie sch- Ähm, wenig. Ich glaube, das war doch ich. Okay, warte mal. Ah, den, den habt ihr schon? Kennst du schon den neuesten Fahrstuhlwitz? Ich auch nicht. Ich hab die Treppe genommen. Uh, jetzt kommt der Burgenländerwitz. Ähm. Eigentlich komme ich aus dem Burgenländer, aber der Bus hat. Sagt, trefft sich zwei Burgenländer. Ja, du hast du den Stromausfall gestern bekommen? Ja, voll, der war ur-brutal. Ich musste zwei Stunden lang im Lift stecken. Ich bin zwei Stunden im Lift stecken blieben. Sagt, das ist doch gar nichts. Ich bin drei Stunden auf der Rolltreppe stehen blieben. Hahaha. Denk ich halt mit, oh, er mit Blondinen, aber okay. Sagen wir mal, es waren blonde Burgenländerinnen. Ja. Also euer Typ das Volk sind quasi die Burgenländer, bei uns ist die Ostfriesen. Wie nett bei der Bumerag, der nicht zurückkommt. Stock. Ja. Hals, Maul und Verstand raubt eine Bank. Was? Oh, fuck. Bin tot. Hals, Maul und Verstand rauben eine Bank aus. Doch während sie das Geld einpacken, hören sie die Polizei heranbrausen. Verstand versteckt sich kurzerhand in der Mülltonne, während Hals, Maul geradewegs dem Bullen in die Arme läuft. Wie heißen Sie, fragt der Polizist. Hals, Maul. Wie bitte? Hals, Maul. Sagen Sie mal, haben Sie den Verstand verlassen? Ja, höre, der hat er in der Mülltonne. Ich bin tot. Der Konzertsaal ist voller Zuschauer. Plötzlich hört man große Lärm an der Tür. Alle schauen nach links. Was sehen Sie? Nichts. Die Tür war auf der rechten Seite. Die sind so schlecht. Stehen drei Kühe auf der Wiese. Sagt die erste Kuh, Mu. Sagt die zweite Kuh, Mu. Sagt die dritte Kuh, Mu, Mu. Er schießt die erste Kuh, die dritte. Sagt die zweite Kuh, was sollte das denn? Sagt die erste Kuh, sie wusste zu viel. Was ist blau? Oh, nee, die hatten wir schon. Was steht auf dem Schild an einem indischen Fluss? Äh, Fluss. Toiletten am Enge des Ganges. Sagt die eine Arschbacke zur anderen. Im Flur stinkt's. Oh, nein. Was haben ein Klavier und ein Eichhörnchen gemeinsam? Das Eichhörnchen klettert den Baum hoch und das Klavier ist aus Holz. Was? Wieso sagt man nicht dumme Frau? Das wär zu, äh, redeldankt. Man sagt ja auch nicht tote Leiche. Kommt ein Fuchs um sechs Uhr morgens in den Hühnerstall und ruft. Raus aus den Federn. Was? Schmeißt ein siamesischer Zwilling seinem Bruder von der Brücke. Oh, nein. So. Warum haben Elefanten rote Augen? Weiß ich nicht. Damit sie sich besser im Kirschbaum verstecken können. Was? Was? Alter, nein. Ich hab doch hier den Elefanten Kirschbaum gesehen. Schau, wie gut sich der verstecken kann. Oh, nein. Ähm, also. Eine Blondine und eine Katze werden überfahren. Was ist der Unterschied? Keiner. Bei der Katze sind Bremsspuren. Huhuhuhuhu. Das Dumme ist, wir sind beide blond, ne? Ja. Treffen sie nicht zwei Unterhosen. Sagt die eine. Warst du im Urlaub? Du bist doch schön braun. Oh, nein. Warum macht man im schönen Dorf Ströme nie jemand Urlaub? Weil die alle sagen, dass es dort immer regnet. Huhuhuhu. 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 Na passt. Ich glaub, das muss reichen für die erste Folge. Wir sind schon mal 40 Minuten. Huhuhuhu. Viel Spaß beim Upload. Ja, danke dir, du. Ah, das kommt am Samstag. Das muss ich heute noch irgendwie... Okay, egal, scheiß drauf. Oder warte mal, wie lang ist das jetzt? Ja, 40 Minuten, das trifft sich ja gut. Okay, gut. Dann will ich mal sagen, war's das. Mit dieser äußerst lustigen Runde. Das nächste Mal, glaube ich, mach hier mir die Witze, von von herein auch, weil die ist einfach so dumm da. Äh, das alles zu spät ist. Ich danke für's zu gucken. Ich wünsche euch einen traumhaften Samstag. Und dann, äh, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.